Minecraft Project Farlands Wir laufen, wir schauen zu Guten Tag YouTuber Leute Folge 12 ist das jetzt und wundert euch nicht, dass wir letztens erst die Folge 10 haben Das war nämlich eine reine Lüge, ich hab mich da irgendwie total verzählt Auf jeden Fall, das ist jetzt wirklich Folge 12 Absolut Und naja, diesmal sind wir zu zweit auf einer Mini-Insel und ja, wir gucken, dass wir jetzt erstmal wieder ein Stück weiter kommen und zwar in diese Richtung Ja, genau Alles klar, los geht's Genau, ach ja und Ja, ich bin auch wieder dabei Wir haben jetzt mit dem Sound endlich richtig hinbekommen Jetzt brauchen wir nicht umständlich hier noch eine zweite Audiospur aufzeichnen Also wir lassen das direkt jetzt drüber laufen Jetzt passt das alles Ich glaube, es wäre besser, wenn ich auch noch die Kopfhörer einstecke Sonst hätten wir hier mal alles doppelt Ja, stimmt Okay Leute, kleinen Moment bitte Oh, 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 oh Ja, hier ist sowieso erstmal mein Boot Mist Dann warte ich mal, bis die Landschaft hier geladen hat Oder ich such schon mal, wo es hier weitergeht Aha Aha Okay Aha Jetzt müsste das theoretisch funktionieren Hallo Also ich höre was, ja Passt Muss ich auch schnell was gucken, Leute Ich weiß noch nicht, ob das genau funktioniert Nee, ich lasse es lieber Passt Nehmen wir einfach auf Okay Okay Gut Wo sind wir denn jetzt? Ach da Sonne geht auf Perfekter Tag und mein Boot ist kaputt Oh Gott Ey, jetzt teste ich mal was ich noch nie getestet habe Das geht tatsächlich Selbst wenn das Ding im Wasser steht, kann man das benutzen Boah Krieg Boah Wusste ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht Trinkt man mein Bierchen noch Prost Ja, wir haben 10 vor 12 hier Also 10 vor 0 Uhr Hä? Ja Ah ja So lässt sich doch leben Immer geradeaus Wenn man Urlaub hat, dann Kann man eh Fett Minecraft zocken hier Genau, ja Ich glaub wenn ich wieder Auch wenn ich auch wieder arbeiten muss, dann Dann kann ich das auch nicht mehr machen Gibt's nur 3 Folgen am Tag, oder? Boah Das höchste was wir am Tag gemacht haben, waren mal 4, gell? Das war glaub ich vorgestern Ja, pass die dabei, wir haben aber 4 Folgen gemacht Da ging's gut ab Wer bringt mir jetzt ein neues Bier? Oh Peitschi vielleicht Das ist ein Insider, Leute Peitschi ist immer der, der Bier bringt Hä? Egal Ah ja Äh Jetzt geht es hier wieder so ewig weiter mit dem Meer, oder? Hm? Ja Wir kommen hier zwar gut voran, aber ob das Arc so interessant ist? Nee Nee, definitiv nicht Ja Leute, ihr könnt auch eine vorvor spulen Das muss euch ja nicht interessieren Achja Leute, ich hab vorher Vorher hab ich im Internet wieder ein paar Gronkh-Videos angeschaut Ich muss sagen, hier ist so witzig der Typ, also der gefällt mir wirklich Wo er dann hier die eine Stelle hatte, wo er Wo er die, also ohne Blinzeln Also ich hab's nicht geschafft Ich fand das, zumal mich der Typ, der da hinten immer hervorkam und irgendwas gesagt hat Ich hab mich immer voll erschreckt Ah, schon witzig Aber ich glaub, ich hätte keine Lust 700 Minecraft Folgen zu machen Aber das Problem ist, wir werden weit mehr als 700 Folgen brauchen Mehr, viel mehr Ja Tja, so wird's kommen Auf jeden Fall Ah, ja Ah Ja, was essen muss ich nicht Jetzt hätte ich mir... Oh, was hab ich jetzt gemacht? Oh, Wolfi, get away from the creeper Get away from the creeper Get away from the creeper Oh, ich fall vom Stuhl! Scheiße Ja, ja Ja, ja Ich mein, die Jahre kommt das nicht mehr so einfach hier Gerade am Stuhl zu sitzen und zu spielen Oh, irgendwie ist sich alles verschwommen heute Keine Ahnung, was ich grad laber Fehlt ein Energy Drink, oder? Ich hab heute keinen Tropfen Energy getrunken Oh, das ist ein absoluter Rekord Oh Ja, das hätte sie vielleicht nicht wissen sollen, aber... Ich glaub, ich spul die Folge lieber davor Boah, scheiße, ich fall schon wieder runter Was ist denn hier jetzt mit dem Stuhl? Leute, ich mach mal kurz, äh Ich wuschel hier mal nebenher ein bisschen rum Du darfst trotzdem auf Weh bleiben Natürlich, mein Finger bleibt auf Weh Immer Komm, geh rein Äh Was ist denn jetzt da? Leute, ist der noch da? Hä, klar Oh Gott, ich glaub das wird die Abstand-blödeste Folge, die es überhaupt je geben wird Okay, kommen wir wieder zum Thema Wir spielen Minecraft, weil wir ein bestimmtes Ziel erreichen wollen Nämlich die Farlands Die befinden sich bei, also in Metern gerechnet x-Achse 12.520.000 ungefähr Und da wollen wir hin Und das dauert lange Und das werden viele, viele Gigabyte werden Ja, ein Gigabyte Oh, jetzt könnte mal wieder Land kommen Ich fand Land immer ganz witzig, da kamen dann diese berittenen, die berittenen Spinnen und Skelette Und Abgründe, die man nicht vorhersehen kann Aber auf dem Meer ist es doch ziemlich langweilig Aber man muss sagen, das muss nicht eigentlich heißen, berittenen Skelette Höh Das ist so beritten Eine Spinne auf der Spinne Hä? Ähm, ja, aber ein berittenes Skelett passt ja auch nicht, da muss ja die Spinne auf dem Skelett sein, oder? Nee, weil dann sagt er auch berittener Ritter, oder? Berittener Bogenschutz Berittenes Skelett Eigentlich schon, ja Eine berittene Spinne Hä? Oh Gott Ich komme echt super voran eigentlich, man kann nichts sagen, oder? Ja Ist halt nur ein bisschen langweilig Oh Leute Was habt ihr so zu erzählen? Pff, nichts, oder? Ja, war ja klar Oh, oh, oh Ich glaube, die Viecher machen eh nichts Oh, mir ist schon mal passiert Ich bin gegen so einen Tintenfisch gefahren Da ist mir mein Boot auseinandergebracht Fand ich dann ganz toll mitten auf dem Meer Jede Nacht wird deine Stimme zu mir Unter Tränen wünsche ich, du wärst hier Die letzten Stunden hab ich mit dir geteilt Alles, was wir bleibt, ist ein Unendlingslein Die Zeit bleibt weiter, doch mein Herz bleibt stehen Wie konntest du nur so früh vor mir gehen? Jeden Tag bin ich nur für dich Der Schmerz, den ich ertrage, bist du endlich Viel zu viele Jahre ist es nun schon her Mit jedem Tag vermisse ich dich mehr Ich bin voll Sünde und du bist frei Du bist wahres Weg, doch für immer, Mann Meine Gedanken sind erfüllt von Hass Kurz vor deinem Tode warst du kalt und last Deine Augen spiegeln mich wie Blut zu Rot Du hast gewinnt, doch nun bist du tot 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 Leute, wir werden es noch nicht wirklich geschafft haben Das Problem ist, ich hab grad echt eine Spinne hier am Kopf dran hängen Boah, ist ja krass Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier hoch komme Boah, ist ja übel Na ne, ist wieder keine einzelnen Insel Echt? Oh Gott Wir sind natürlich so dumm und fahren da genau drauf, oder? Und zu einem Überfluss muss ich auch noch mal kurz ein Boot herstellen Kumpel Musst du noch kurz ein Boot herstellen Ansonsten brauchen wir noch mal mit noch so einsam Insel Ja, voll blöd Oh Gott, wie soll ich jetzt eigentlich da... Was ist denn das hier überhaupt für eine Insel? Hä? Ah, hier, okay Nee, danke Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sieht so aus, als hätten wir doch noch Land gefunden wieder Und das sieht auch gut aus, das sieht nach viel Land aus, Leute Wir haben jetzt Kilometer gut gemacht Und mal gucken, was daraus wird Jo Gut, ich dachte wir treffen uns erstmal hier Dann würde ich sagen, wir cutten auch mal kurz Uns wird die Folge zu lang Mein Handy stört auch gerade hier irgendwo Ja, wir cutten die Folge hier Ich komme kurz noch her und dann machen wir kurz Die geht ja nach hinten Boah Okay, also, wir sehen uns gleich wieder, Leute Ciao Ciao